ich mache wieder für euch ein blog und zwar nehme ich den ganzen tag mit bevor das video los geht bitte gib mir da mal oben abonnieren und glocke aktiviert vergessen und ich bin jetzt gerade aufgestanden heute in bruchsa ist es schönes wetter schaut mal die sonne scheint und ja leute ich mache mich gleich ready ich habe noch mein schlafanzug an und genau ich wenn ich mich fertig gemacht habe dann melde ich mich wieder und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020